Es gibt neue Infos über die erwachsenen Gameplay-Inhalte von Cyberpunk 2077, ein neues Prince of Persia-Spiel lag acht Jahre direkt vor unserer Nase und es gibt offenbar Zoff bei Dying Light 2. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Die News werden euch präsentiert von NordVPN, eurem Partner für sicheres Internet. Holt euch jetzt NordVPN und spart mit dem Rabattcode GAMESTER 70% auf das Drei-Jahres-Abo und bekommt einen Monat gratis dazu. Die Alterseinstufung von Cyberpunk 2077 durch die US-Organisation ISRB bringt neue Infos über das Gameplay des kommenden Rollenspiels. Und das wird offenbar, wie erwartet, brutal düster, schmutzig und erwachsen. So soll der Spieler die Wahl haben, bei der Charaktererstellung neben den üblichen Merkmalen auch primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale sowie das Gesäß anzupassen. Außerdem soll man im Spiel auch in Ego-Perspektive Sex mit anderen Story-Charakteren oder Prostituierten haben können. In Sachen Gewaltdarstellung scheint CD Projekt auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Neben Splatter-Effekten wie abgetrennten Gliedmaßen soll's in den Gefechten auch qualvolle Schmerzensschrei- und Sterbe-Animationen geben. In offenen Wunden sollen zudem auch einzelne Organe erkennbar sein. Weil Cyberpunk außerdem auch Drogenkonsum und jede Menge Schimpfworte enthält, hat die ISRB dem Spieler eine Freigabe von MA17 Plus erteilt, was mit einer USK 18-Einstufung vergleichbar ist. Cyberpunk 2077 soll am 17. September erscheinen. Weitere Infos erwarten wir zum sogenannten Night City Wire Event am 11. Juni. Acht Jahre lang lag das Video von Prince of Persia Redemption unentdeckt auf YouTube und erst jetzt hat man das umfangreiche Video zur inzwischen eingestellten Action-Fortsetzung gefunden. Das Video mit vorgerenderten Szenen für einen internen Pitch zeigt neben flinken Parcours-Kraxeleien auch diverse Kampf-Szenen. Dabei kommt der schon aus der Sands of Time-Reihe bekannte Sand der Zeit zum Einsatz, mit dem der Prinz in modischer Kurzhaarfrisur Feinde in Zeitlupe zerlegt. Außerdem kann er damit auch die Zeit zurückspulen und Gegner regelrecht die Seele aus dem Leib reißen. Im weiteren Verlauf der Demo flieht der Prinz dann auch vor einem riesigen Tentakel-Monster, bevor er kurz vor Schluss zum Angriff übergeht. Prince of Persia Redemption war bei Ubisoft Montreal in Entwicklung und hätte noch für die vorherige Konsolengeneration erscheinen sollen. Redemption wäre damit der Nachfolger von The Forgotten Sands geworden, das 2010 erschienen ist. Ob die Story ebenfalls zwischen den alten Teilen oder nach The Two Thrones angesiedelt wäre, ist nicht bekannt. Seitdem wartet der Prinz auf einen weiteren großen Spieleauftritt. Neben einem Event in For Honor und einem geplanten VR-Escape-Room-Spiel gibt es bislang keine Pläne für ein neues Prince of Persia. Ein Teil des Problems ist die rechte Lage und damit die geringeren Einnahmen der Marke, denn die Rechte liegen zum Teil weiterhin bei Serienschöpfer Jordan Magna, weswegen es für Ubisoft finanziell weniger lukrativ ist als andere Marken. Was ist da los bei Techland? Nachdem Dying Light 2 Anfang des Jahres auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, zeichnet jetzt ein Bericht des polnischen Magazins polski-gamedev.pl ein düsteres Bild über den Zustand des Spiels und der Entwicklung. Laut Aussagen mehrerer Techland-Angestellter im Artikel soll das Projekt große Probleme haben, da sich das Team nicht auf eine gemeinsame Linie für Dying Light 2 einigen könne. Auf der einen Seite stehe Story-Autor Chris Avalone, ihm gegenüber Creative Director Adrian Tiszewski und Techland-Boss Pavel Matzewka. Die Leidtragenden dieses Konflikts sollen die restlichen Mitarbeiter sein, die für die ständig wechselnde Ausrichtung neue Features umsetzen müssen, nur um sie kurz danach wegzuwerfen und neu zu entwickeln. Zwar habe das Team eine Spielwelt, ein Kampfsystem, Quests und vieles mehr erschaffen, wirklich zusammenpassen sollen die Einzelteile aber wegen dem ständigen Hin und Her nicht. Einen ganz anderen Eindruck erwecken die Äußerungen von Ola Sondech, der Senior-PR-Managerin von Techland. Die erklärt auf Twitter, dass die Entwicklungsarbeiten ganz normal weiterlaufen um das Spiel in gutem Zustand und in fähigen Händen sei. Man solle sich keine Sorgen machen, es wird kommen. Beide Quellen sind sich übrigens einig, dass die Gerüchte einer Übernahme von Techland durch Microsoft nicht der Wahrheit entsprechen. Wann Dying Light 2 letztlich kommen wird, bleibt abzuwarten, während einige Mitarbeiter vom Weihnachtsgeschäft 2020 ausgehen, halten andere auch einen Release Anfang 2021 nicht für ausgeschlossen. Der Publisher Electronic Arts plant offenbar noch dieses Jahr eine HD-Neuauflage der ersten drei Mass Effect-Spiele. Das behauptet zumindest der gut vernetzte Venture-Beat-Journalist Jeff Grubb in seinem Ausblick auf die EA-Spiele-Releases des kommenden Jahres. Electronic Arts hatte offiziell eine Liste mit 14 Titeln, die noch 2020 erscheinen sollen, veröffentlicht. Neben Spielen wie Burnout Paradise Remastered, Command & Conquer Remastered und Medal of Honor VR ist neben diversen Mobile- und Sportspielen auch die Rede von einem weiteren HD-Remaster eines EA-Spiels. Grubb zufolge ist das die Mass Effect-Trilogie. Weitere Details nennt er vorerst nicht, schließt aber zumindest einen sofortigen Release für Nintendo Switch aus. Mit Mass Effect 1, 2 und 3 hat der Entwickler BioWare in der letzten Konsolengeneration eine riesige Fan-Community aufgebaut. Der letzte Ableger der Reihe Mass Effect Andromeda blieb jedoch bei Kritikern und Fans hinter den Erwartungen zurück. BioWare hatte zuletzt den MMO-Shooter Anthem entwickelt, der nach Startschwierigkeiten jetzt nochmal komplett überarbeitet wird. Ob BioWare an der Remastered-Trilogie beteiligt ist, ist noch nicht bekannt. Eine Gelegenheit, die Mass Effect-Trilogie anzukündigen, wäre übrigens der digitale EA-Play-Event am 11. Juni. Die Story von Mortal Kombat 11 wird fortgesetzt. Mit dem Addon Aftermath soll die Geschichte direkt nach dem Ende der bisherigen Kampagne weitergehen und sich diesmal auf die Machenschaften von Serien-Schurke Shang Tsung konzentrieren. Der unternimmt mit anderen Mortal Kombat-Charakteren eine Zeitreise, um Chronikas Macht zu erlangen. Neben der neuen Kampagne, Stage Fatalities und Friendship-Finishern gibt's in Aftermath außerdem neue Kämpfer. Den Windgott Fujin, die Shokan-Kriegerin Shiva und Robocop, der sogar tatsächlich vom Originalschauspieler Peter Weller gesprochen wird. Mortal Kombat 11 Aftermath erscheint schon am 26. Mai für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia für… happige 39,99. Immerhin gibt's mit der Aftermath Collection eine digitale Sammeledition inklusive Hauptspiel für 59,99. Nintendo meldet beeindruckende Verkaufszahlen für seinen Switch-Hit Animal Crossing New Horizon und die zugehörige Konsole. So hat man in den ersten sechs Wochen seit Release 13,41 Millionen Exemplare von Animal Crossing New Horizons verkauft. Allein in den ersten elf Tagen hat Nintendo bereits 11,7 Millionen Einheiten davon verkauft. Damit steht das kunterbunte Insel-Abenteuer nach weniger als zwei Monaten auf Platz 7 der bestverkauften Switch-Spiele aller Zeiten. Auf Platz 1 thront derzeit noch das bereits 2017 erschienene Mario Kart 8 Deluxe mit 24 Millionen Einheiten. Aber auch die Nintendo Switch selbst verkauft sich wie warme Semmen. Seit dem Verkaufsstart Anfang 2017 hat Nintendo bis heute 55,7 Millionen Konsolen verkauft. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres hat Nintendo knapp 3,3 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Vielerorts war die Nachfrage so groß, dass die Konsole zeitweise komplett ausverkauft war. Das war's für heute mit den News. Heute Nachmittag sehen wir uns aber schon wieder, wenn ihr wollt, denn ab 16.30 Uhr gibt's bei uns eine große Sonderausgabe von React Live, wo wir gemeinsam mit euch die neuen Spiele für Xbox Series X anschauen und eure Wunschthemen besprechen. Und außerdem empfehle ich euch noch dieses Video, in dem euch Piratenlegende Rhapsody zeigt, wie sich Sea of Thieves inzwischen verändert hat. Bis morgen, weiterspielen!